Der Kindermaskenball der Kinderfreunde in Trebeswinkel ist immer ein Highlight und wird von vielen kleinen Faschingsnarrern regelrecht gestürmt. Die Stimmung ist zwar schon gut, aber ihr seid dann für die noch bessere Stimmung zuständig. Was macht sie da heute? Wir werden den Faschingsball animieren. Wir haben ein Märchenbuch mit den vier Seiten. Vier verschiedene Märchen werden wir die Welten vorstellen und wir werden richtig Stimmung machen. Mit viel Spaß und magischen Spielen und Abenteuer. Wir rocken sozusagen den Faschingsball heute Nachmittag. Erfahrungsgemäß kommen wir die Leute ein bisschen später. Aber es ist schon für den Anfang ganz toll. Wir freuen uns. Was habt ihr heute alles am Programm? Wir haben also ein Team von der Landesorganisation, die seit einigen Jahren das Programm mit den Kindern machen. Das ist immer recht interessant. Irgendeine Reise um die Welt oder so. Aber das überlassen wir den Profis. Hat sie mit so einem Ball auch immer viel Organisation? Ja, aber ich mag es ja schon seit dem 73er Jahr. Also für mich ist nichts Neues mehr. Ihr seid jetzt Animateure direkt von den Kinderfreunden und tut es da jetzt durch ganz Niederösterreich. Genau. Wo auch immer. Es sind viele ehrenamtliche Mitglieder bei den Kinderfreunden Niederösterreich und wir sind zwei davon. Und wir machen das wirklich mit Leidenschaft. Also wir sind gern dabei und versuchen wirklich Stimmung zu machen. Das Wärtsjahr hat alles noch anstellen. Wir werden sich jetzt sehr viel Konfetti noch werfen und mit tanzen. Und Sie tanzen auch heute? Ja, ich werde mich bemühen, den Kindern gerecht zu werden, aber die Ansprüche sind schon sehr hoch. Was sind heuer so die besten Verkleidungen für Sie? Ich habe noch nicht viel Zeit gehabt zum Schauen bei Prinzessinnen und Prinzessinnen auch von immer wieder rum. Feuerwehrmann, Spiderman, also die üblichen Kandidaten immer beim Kindermassenfest. Also was seid ihr zwei verkleidet? Wikinger. Du bist auch ein Wikinger? Ja. Sind die nicht gefährlich? Doch. Ja. Was hast du da auf der Backe? Das ist die Nummer von der Feuerwehr? Ja. Wenn ich dir jetzt anrufe, kommst du dann mich retten? Ja. Ich bin ein Panther. Ein Panther? Ein Neopant. Ist der gefährlich? Ja. Also was seid ihr heute verkleidet? Was für ihn? Ja, wir sind die, passt ganz gut für die Märchenwelten. Wir kommen aus dem Märchenland und die Kinder können die Fantasie fließen lassen. Sie sind heute nicht verkleidet, warum? Das ist meine Verkleidung. Ich bin ein Kinderfreund und das trage ich immer. Die brauchen keine Verkleidung. Nein, ich habe das als Kind auch nicht gehabt. Kein Faschings-Fan? Ja, zum Tanzen schon, aber Verkleiden, nein, ich bin so wie ich bin. Was werdet ihr heute noch machen? Ja, also spielen und so. Ist es cool da? Heutzutage hier? Ja, sehr. Die Kinder-Maskenbälle sind immer noch sehr beliebt. Ja, sehr lustig. Also es ist für uns auch immer eine Riesenfreude, den Nachmittag zu gestalten. Wir machen das gerne. Ja.